Der VfL Bochum hat es tatsächlich noch geschafft in der ersten Bundesliga zu bleiben, nachdem man das Relegationshinspiel gegen Düsseldorf zu Hause mit 3 zu 0 verloren hatte. Schaut da auch gerne mal noch bei meiner Analyse zum Hinspiel vorbei, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Da lag der Fokus auf Fortuna Düsseldorf und was sie so gut gemacht haben. In diesem Video wiederum liegt der Fokus auf Bochum, was sie deutlich besser gemacht haben, um letztendlich das Spiel zu drehen und ein kleines Fußballwunder zu verwirklichen. Der VfL hat wie im Hinspiel aus einer Viererkette heraus agiert, aber im Ballbesitz einen Dreieraufbau gebildet. Im Hinspiel war das Bernardo der Linksverteidiger, der eingerückt ist. Der war aber im Rückspiel gesperrt und so hat sich die Dynamik der Außenverteidiger ein bisschen verschoben. Nun war Wittek der Linksverteidiger, der hochgeschoben ist, während rechts der Rechtsverteidiger Oermann war, der im Ballbesitz tief geblieben und eingerückt ist. So hat man auch ein defensives Problem aus dem Hinspiel deutlich besser in den Griff bekommen. Da war es nämlich häufig so, dass Rechtsverteidiger Passlack hochgeschoben ist. Somit gab es in seinem Rücken deutlich mehr Raum bei Ballverlust für einen Schollis auf Düsseldorfer Seite, der dann häufig auch ins 1 gegen 1 gegen den Innenverteidiger mit Ordiz gehen konnte. Aber vor allem was den Matchplan angeht, hat Heiko Butcher die richtigen Schlüsse aus dem Hinspiel gezogen. Da war es ja häufig noch so ein relativ statischer 3-1-Aufbau mit Béreau vor den drei Abwehrspielern. Im Rückspiel hingegen hat sich häufig so eine Art Mittelfeldbox gebildet, wie man auch hier sehen kann. Also vier relativ freie Spieler im Zentrum mit Stöger, Locia, Béreau und Daschner. Die haben sich da immer relativ frei bewegt. Häufig waren es zwei, die entgegen kamen, zwei, die etwas höher platziert waren in den Halbräumen. Sehen wir auch hier und so ist es Bochum dann deutlich besser gelungen, Räume durch gute Laufwege zu kreieren und dann auch zu bespielen. Was genau ich meine, wird hoffentlich gleich noch ersichtlich. Im Hinspiel war es ja so, dass Düsseldorf mit ihrem 4-1-4-1 Mittelfeldpressing Bochum eigentlich ziemlich im Griff hatten, defensiv und damit drei gelernten Sechsern im Mittelfeldzentrum relativ wenig durchgelassen haben. In dem Spiel wiederum ist es Bochum deutlich besser gelungen, Räume zu finden und zu bespielen, wie gerade gesagt. Und wie genau schauen wir uns jetzt mal an. Hier sehen wir Düsseldorf wieder in dem 4-1-4-1, Stöger kommt entgegen, zieht somit den Gegenspieler aus der 4er Mittelfeldreihe raus. Ist jetzt noch nicht allzu schlimm. Schauen wir mal weiter. Hier zum Beispiel positioniert man die zwei Halbraumspieler deutlich höher. Somit lässt sich Engelhardt wie über den ganzen Verlauf des Spiels tiefer fallen. Und somit hatte Bochum im Mittelfeld deutlich mehr Platz und die Struktur von Düsseldorf war auch nicht mehr so stark gegen den Ball. Aber auch ansonsten gab es immer wieder gute Laufwege ohne Ball, vor allem von Daschner. Und so hat man die Düsseldorfer immer wieder vor Probleme gestellt und sich selbst Räume kreiert, die man echt gut bespielt hat. Aber auch gegen den Ball war man griffig. Düsseldorf hat es wie im Hinspiel aus dem 4-3-3 aufgebaut. Aber wenn wir hier weiter schauen, hat es Bochum Mann gegen Mann zugestellt. Und so hat man Düsseldorf echt gut in Schach gehalten. Zwischenzeitlich ging Bochum dann natürlich auch schon in Führung. Und zwar ist das hier ein Freistoß, natürlich von Stöger, natürlich aus dem Halbfeld, den Hofmann dann verwertet. Aber das ist auch gewissermaßen sinnbildlich. Denn Flanken aus dem Halbfeld waren definitiv ein wichtiges Element, kommen wir gleich noch zu. Bochum hat das Spiel kontrolliert, zwar auch durchs Zentrum, aber häufig kam man vor allem über den linken Flügel. Das war halt einfach die Seite von Kevin Stöger, die er immer wieder überladen hat. Ich meine, mit der Mittelfeldbox ist das immer wieder gut möglich. Und so hat man es häufig geschafft, über Links Durchbrüche zu erzielen. Einerseits kamen sie so in zahlreiche Flankenpositionen. Andererseits hat man gewissermaßen auch Fortuna Düsseldorf limitiert. Denn die haben natürlich schon immer wieder auf Umschaltsituationen gelauert. Allerdings, wenn Bochum auf der linken Seite den Ball verliert und Düsseldorf da umschaltet, das ist einfach ihre schwächere Seite. Während die linke, vor allem mit Scholles, natürlich deutlich stärker ist. Aber auf diese Seite kam das Spiel überhaupt nicht so oft, da Bochum deutlich mehr Ballbesitz hatte und meistens über Links angegriffen hat. Auch hier sehen wir das Ganze nochmal. Da hat Bochum von hinten heraus aufgebaut. Wir haben zwei Mittelfeldspieler, die sich tief angeboten haben. Zwei andere jeweils im Halbraum, rechts Berro, links Stöger. Aber Bochum baut über den Flügel auf. Auch bei Düsseldorf ist die Struktur wieder nicht so gut wie im Hinspiel. Weil Bochum es einfach echt gut gemacht hat mit Ball. Und so war man dann wieder außen durch. Im weiteren Verlauf, beziehungsweise eigentlich das ganze Spiel über, hat Bochum dann zahlreiche Flanken ins Zentrum geschlagen. Sei es über den Flügel oder vor allem auch aus dem Halbfeld wie hier. Meistens halt in Richtung Hofmann, der dann irgendwas mit dem Ball anfangen sollte. Hier zum Beispiel kommt dann Daschner zum Abschluss, den Oberdorf aber noch gut blocken kann. Auch hier natürlich wieder über die linke Seite, von der zahlreiche Flanken von Wittek und auch Stöger kamen. Bring den Ball ins Zentrum Richtung Hofmann. Dann hat man weitere Spieler um ihn herum platziert. Und das war vielleicht nicht sonderlich schön anzuschauen, aber es war halt erfolgreich. Genau das war, was sie machen mussten, um hier Gefahr zu erzeugen und Tore zu erzielen. Und genau das ist dann auch geschehen. Wir haben es hier, da war es ein Einwurf. Stöger mal über rechts, bring den Ball aber auch perfekt rein auf Hofmann, der das 2 zu 0 erzielt. Unmittelbar danach ist es wieder Stöger über links, der wieder eine Flanke bringt. Und dann ist es Zimmermann, der mit der Hand drankommt. Dementsprechend gibt es Elfmeter, den Stöger natürlich souverän verwandelt. Bochum hatte dann sogar noch die Chance auf die Entscheidung in der regulären Spielzeit. Ist nicht geschehen. Dann gab es die Verlängerung. Da hat sich das Spiel schon nochmal neutralisiert. Wenn, dann hatte sogar Erdüsseldorf die besseren Chancen. Am Ende ist es dann natürlich immer ein bisschen Glückssache im Elfmeterschießen. Aber dass Bochum überhaupt nochmal dorthin kam, war wirklich einem guten Matchplan von Butcher und einer guten Umsetzung der Spieler und einer erneut überragenden Leistung von Kevin Stöger zu verdanken. Das soweit meine Analyse zum Relegationsrückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel, zu meiner Analyse in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.